Nein, du siehst mich nicht. So, ist erledigt. Ja, hier auch alles geklärt bis jetzt. Das Problem... Aber ich bin tot. Das Problem, was mich einfach nur ankotzt, sind, dass diese NPCs sowas von gern im Weg stehen. Das ist die Kai, die so programmiert hat, dass sie dem Weg steht. Ja, da habe ich aufgeräumt. Nur von unten kommen sie jetzt gleich. Wie sie halt alle vor dir auf der Treppe stehen. Mann! Wie soll man denn da bitte durchkommen, weißt du? Ich gehe mal kurz aufs Klo, ne? Ah, ah, ah. So ist das. Gordon am Abseilen. Ach, guck dir das mal an hier. So. Wenn man mal nicht da ist, die kommen mal am Zocken. Guck dir das mal an hier. Warte, 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 warte. Und Danny hat seine Tastatur auf den Boden geschmissen, weil sein Unreal Tournament nicht funktioniert hat. Der war gut. Der war wirklich gut. Du wirst dich gerade vollkommen als erstes dran denken. Der Bitz ist zwar verdammt alt, weißt du, aber... So irgendwie... Ich war mal so glad wie du, dann habe ich einen Bolzen ins Knie bekommen. Übrigens, kennst du das gute... Kennst du übrigens dieses kleine Wort Ladeabschnitt? Keine Ahnung, kennst du das? Das war tot. Und jetzt lad bitte noch nicht durch den Ladebildschirm. Lass mich erst bohren wegen der Aufnahmestoppung, ja? Ja. Ich schmeiß mit Akten schränken. So, da bin ich ja schon. Wo ist da denn das schnitzige Schnitz? Ja, vorne gleich. Ich töte gerade einen Zombie mit der Gravity Gun. Das ist nicht sehr effektiv. Und warte auf... Leute, bis gleich. Mann! So, Leute. Da bin ich wieder. Nein, ist wirklich so. Komm mal auf die Uhr. Hm. Du musst danach halt super, super leise reden. Das... Muss ich dafür extra den Ingame-Sound dann leiser ziehen dafür? Oder was? Weiß ich nicht. Ich muss halt umge... Ich muss halt wirklich ins Mikro-Wisbon. Ja, sonst kann man auch, wie gesagt, gleich ruhig aufhören. Das ist gar kein Problem. Ja, es macht aber gerade irgendwie Laune. Ach, jetzt kommt noch mal eine sehr nervige Verteidigungsstelle. Ah, super. Will ich die sehen? Nein, will ich nicht. Ich glaube, ich glaube, die Vorletzte. Sure, die... Scheißdinger schon wieder. Wie bist du da drüber gekommen? Wie bist du da lang gekommen? Wie bist du da rüber gekommen? Ich klatsche einfach hier lang. Ist auch okay. Ja, da komme ich auch her. Na, komm her. Schaffst du es? Zack. Zack. Aua. Da komm du auch noch. So. Nein, ich will nicht, dass der Steve das Medikit kriegt. Oh, Mann. Das wollte ich gerade aus dem Fenster schmeißen. Ganz ehrlich. Da wird es diese Scheiße auch nur noch länger ziehen. Ja, klar. Wegen dem YouTube-Money, den ich kriege. Welchen? Du und YouTube-Money? Ich kriege nicht mal... Ich kriege ja nicht mal selber, was? Ja, genau deswegen, ja. Wie kann ich durch deine Videos... Könnte ich durch deine Videos überhaupt Geld verdienen? Gar nicht, also. Ey, wie gesagt, das Arschloch steht am Geschütz da. So, ich empfehle dir, bevor du da vorne hingehst... Ja. Blocken, äh, verbangen wir mal ein bisschen das Game. Komm, hilf mir mal. Hilf mir mal, die Autos hier reinzuhauen. Nein, nicht so weit. Wir müssen nur... Was machst du denn? Ich hab's doch nur dahingestellt. Ich sag, dass wir die Autos hier reinkriegen. So, du wirst... Möglichst die Combine überhaupt nicht durchkommen. So. Äh, nicht vor den Geschützen. Das wäre vielleicht etwas doof. So. Ich hab meine Seite... Ich darf jetzt mal meine Seite... Äh, hier hinten wäre sonst noch ein Auto. Aua, ich bin fast tot. Ich hol das mal eben noch. Du hast mich gerade getötet. Dankeschön. Wieso? Wie denn? Ich bin hier hinten. Ja, ja, ja. Faule Ausreden. Du siehst doch, was sie... Wo ich bin. Sei froh, dass ich das Event noch nicht getriggert hab, du. Du brauchst so viele Autos. Brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Ich hab's jetzt einfach geholt. Ja, sehr. Äh, jetzt müssen wir nur noch verhindern, dass die Combine hier an der Seite durchkommen. Ja, toll, weißt du? Du brauchst die Minigun halt hier, um es zu verteidigen. Und räumst mit... An Autos halt alles zu hier. Entschuldige, Mann, ich hab so einfach nur... Nein, warum gebe ich mich mit dir ab, Mann, weil ein bisschen... Ja, die Autos sind jetzt perfekt platziert. Am Arsch, ey. Ich glaub, mit denen kann man ja gar nicht bedienen, ne? Doch, kann man. So, jetzt. So, so. Aber nur in diese Richtung. Guck mal, so geht das. Oder auch nicht. So, guck mal, jetzt machen wir so. Jetzt sind nämlich die Combine ist wahrscheinlich viel zu... Oh, ich bin geplatzt. Wie bist du da? Wie hast du das denn geschafft? Ja, ich hab versucht, mich zu schnell im Auto durchzuquetschen. Das hat nicht geklappt. Aber das heißt, es kommen auch keine Combines, so ist sehr schön. Wazumal, wazumal. Weil die NPCs ja nicht springen können, weißt du? Wazumal. So, jetzt will ich an deiner Stelle mal hier rüberkommen. Ich starte nämlich jetzt das Event, der Kommt ganz viel Combine und du wirst scherben. So, ich bin da. Wazumal, Bremen? Es ist, nicht wahr? Hey, gib mir einen, ich werde ein paar Charger holen und es öffnen. Wazumal, wazumal, wazumal. So. Und nur wird's lustig. Wo bist du? Äh. Ah, da. Oh, ich bin tot. Ich hab' wieder geplatzt! Ja. Jetzt hast du das Problem, es kommen recht viele Gegner. Aber die haben ja dafür gesorgt, dass die Gegner hier nicht durchkommen, also müssen wir keine Angst haben. Ich versuch' grad dieses, äh, diesen nervigen Scheiß. Ich hoff' mich mal ans Geschütz. Ja, mir gehen, äh, ich tu grad nur MG hier irgendwie zu erledigen. Da würdest du mir den Finger mal bitte vom Arsch halten? Was versuch' ich denn wohl gerade? Wart mal, wer jetzt tot ist. Ey, da kommen halt leider so viele. In Deckung, in Deckung, sonst bist du gleich tot. Vielleicht so, dass... Hier hab' ich's, äh, schicken. Verdammt, ba! Wieso bist du nicht gespawnt? Ach, Steve, ich hab' dich auch nie. Gut, dass ich schon gesagt hab', dass wir gleich mal aufhören. Ach, wieso denn? Warum? Darum! Wir baggen jetzt die Autos hier wieder, bitte schön. Hast du keinen Schaden gekriegt? Nein. So, wir müssen nun wieder die Autos dazwischen baggen, dass hier keine Combine durchkommen. Hast du jetzt Schaden gekriegt? Nein. Mann! Jetzt würde ich... Ahu! Du sackte Kamikaze, Bastard. Schießt das Fass an und rennt'n. Und so sprengte Steve den halben Tunnel. Du bist so gut. Ich hab' nur noch 20 Leben. Aber das hatte ich jemandem an einer Hälfte und nur rot. Das ist auch mal ein geiles Bild. Das ist einfach funktionierend. Ich muss nur die von dir angeschossene Sprengladung zu dir rüben. Warum bin ich grad bis zur Decke gehüpft? Warum bin ich gerade fast... Mann! Und jetzt dein Hut und dein Oberkörper, dann. Mein Hut. Okay. Deine Mütze. Deine Refugee-Mütze. Wir haben gerade jegliche Sprengmaterial in diesem Tunnel außer Gefecht gesetzt. Weil wir Langeweile hatten. Keine Langeweile wäre übertrieben. Ich blende... Ich blende... Ich versuch' dich zu blenden! Ich blende dich mit meiner Taschenlampe! Ich blende... Jetzt bist du gleich tot! Nein! Warte mal! Ich probier' mal, ob ich zerquetsch... Oh! Wenn du dich noch ein bisschen näher aneinander machst, dann können die Leute voll zerquetscht werden da dran. Ey! So besser? So baut man... Kalt. Hm. Alter! Alter! Du könntest dich selbst theoretisch zerquetschen. Hör aus! Schluss jetzt! Aua! Schluss jetzt! Aus! Steve! Wenn du so Lust darauf hast, dann spielen wir jetzt Granatentennis! Forget it! Wieso? Da kann jeder von uns verrecken. Das ist lustig. Alter! Hör auf! Ein Backdance-Auto! Komm, Steve! Granatentennis! Vergiss es! Hör auf! Ich soll den Scheiß jetzt echt mal hinstellen! Granatentennis ist aber echt lustig! Granatentennis ist tatsächlich lustig! Weil sobald du die Granate fängst, kannst du davon gekillt werden! Dann musst du... Das ist... Oder du nennst das Granatenroulette! Bei dem, bei dem die Granate landet, verreckst du! So besser? Nee! Na! Na! Äh! 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 Ja, komm ich zerquetsch mich auch noch! Komm, komm, komm Auto! Äh! Komm, komm Auto! Gib's mir! Gib's mir hart! Ja! Please! 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 Habe ich gerade das ganze Auto hochgewucht! So! Also besser kannst du es gar nicht zumauern, ehrlich! Dann renne ich mal dahin, ja? Nein! Ich muss hier noch ein Fass hinlegen! So! Ich hab doch recht, oder? Nur mal nur einen Augenblick! Ich habe es mit ein paar Sprengladungen hoch! Jaja, mach was du nicht lassen kannst! Ich lege ein paar Slam-Devices, ne? Ich hoffe, ich überlebe das! Ich glaub zwar nicht, aber... Ich versuch's! Ja, okay, wir sollen wegblenden gleich! Wenn's zu nahe kommen, ich hab da noch mal ne Slam-Devices liegen! Ich bin fast tot! Ich bin tot gleich! Ich hab noch ein HP! Ich hab nur noch... Wir sind beide gleichzeitig gestorben! Not really, oder? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zuletzt! Was? Na, na... Na? Ich warte mal, schieß mal zweimal mit der Pistole das Fass an! Mit der Pistole! Ich hatte es eigentlich aus... Zweimal! Mit der Pistole nur! Was machst denn du? Du wolltest dir auf mich werfen! Das hab ich... Du bringst mich auf ne genial Idee! Ja, das war Suicide-Attack! Ich bin auf dich zugerannt, aber wenn du die anschießt, kann ich keinen Schaden dadurch kriegen! Das heißt, ich renne einfach auf dich zu! Du schießt darauf aus Panik und dann, ja... Gute Sache, ne? Ich hab Schaden gegeben! Ich hab Schaden gegeben! Ich hab Schaden gegeben! Was machst du? Ja! Ich hab' ja... Hm, kann ich irgendwie... Set... Death... Match... ... oder so? Kann ich das Death Match irgendwie irgendwie... ... Kann ich irgendwie... Friend... stem... Friendly... Aber ich kann anscheinend... Du weißt, wie du gestorben bist, oder? Ich kann leider Deathmatch nicht anmachen. Sonst würde ich dich jetzt nach allen Regeln der... Get over here, Steven. So. Man! Leute! Also... Wie lange soll dieses... Map-Tinner werden? Die ist direkt danach zu Ende. So, weißt du, wie ich dich jetzt am meisten einfach...